Frederike, das hier ist dein Motorrad, eine Suzuki GSX-R. 1000. Wie schnell ist es? Top 2,99. Und die fährst du auch? Nur manchmal. Wie groß bist du, wenn ich fragen darf? Weil du siehst fast noch kleiner aus als Joy. Unter 1,60. Okay, warte, ich schätze, ja? 1,57 Meter. 1,5. Wir drehen jetzt ein schönes Video zusammen, okay? Ich werde dir versprechen, dass es absolut unangenehm wird. Das hoffe ich dir auch. Am Tagesende wirst du sagen, David, das war ein grandioser Tag. Wann sehen wir uns das nächste Mal? Das habe ich mir schon gedacht.